Es ist Donnerstag, der 9.05.2024 und es ist heute kein normaler Donnerstag, denn ein Großteil, ich hoffe du da draußen auch, haben heute einen wunderbaren Feiertag und müssen nicht arbeiten, Freunde. Und da wollen wir natürlich rein starten mit einem wunderbar neuen Video unserer wunderbar fränkischen Reise mit unserem wunderbaren 1. FC Nürnberg. Ihr merkt, aktueller Stand der Dinge, wir sind als Meister der 2. Liga gerade drauf und dran, alles wunderbar zu finden, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen planen. Für die neue Saison, für die Saison, die ansteht und da wollen wir heute den nächsten Schritt machen, da wollen wir heute reingehen und ich habe ein paar Neuigkeiten mit dabei, wenn man so will. Ich habe schon erstens mal, das seht ihr hier oben anhand des Datums, ein bisschen voransimuliert, das zum einen und zum anderen wurde uns ein klein bisschen Budget zur Verfügung gestellt, was unser Scouting-Budget angeht. Das heißt, wir haben unseren Scouting-Radio so ein bisschen erweitert, das werden wir gleich alles anschauen, potenziell also viele neue Spieler, die mit in den Pool reingeraten sind, die wir verpflichten können, aber das werden wir jetzt alles peu a peu angehen. In dem Sinn, wenn es euch wieder gefällt, gerne ein Däumchen nach oben da lassen, wenn ihr mehr sehen wollt, Abo da lassen, nichts verpassen, checkt gerne die Links in der Videobeschreibung, wenn ihr euch ebenfalls den FM holen wollt, für knapp 26 Euro. Und gerne natürlich, wenn wir auf Twitch vorbeischauen, für unsere herrlichen Livestreams. Ansonsten, bevor wir rein starten, ich habe wieder einen wunderbaren Kaffee mit am Start, Freunde. Es ist noch recht früh, ich weiß nicht, ob man es hört, meine Stimme ist halt noch so ein bisschen brummig. Freunde der Sonne, die ist noch so ein bisschen brummig. Aber ich bin natürlich absolut hyped und möchte mit euch gemeinsam reingehen. Also, ganz kurz zusammengefasst, wir sind am 13. Juni, es ist im Grunde genommen noch nicht allzu viel Spannendes in dem Sinn passiert. Ich habe, ich glaube, so eine knappe Woche oder so voransimuliert. Im Grunde genommen ist eigentlich gar nichts passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe tatsächlich mal alle Spieler, die mittlerweile ja gelistet sind, angeboten. Ich glaube aber, da war soweit gar nichts dabei, absolut richtig. Der Einzige, der ein Angebot bekommen hat, war Marcos, unser Scout, spanischer Scout von Celta de Vigo. Da müssen wir mal gucken, ob der Mann geht oder ob er bleibt. Aber, was wie gesagt neu ist, unser Herr Hecking hat uns ein neues Budget zur Verfügung gestellt, was das Scouting-Budget angeht. Und wir haben jetzt mittlerweile, guckt euch das mal an, 455.000 zur Verfügung gestellt bekommen. Das bedeutet, wir könnten auf das weltweite Scouting, auf das beste, größte Scouting-Paket, das es im FM gibt, umsteigen. Und das haben wir tatsächlich auch gemacht. Ich habe erst überlegt, ob ich die Kohle so ein bisschen verschiebe, aber dachte mir, es macht, glaube ich, nicht so den großen Unterschied, wenn wir vom Scouting-Budget was zum Transfer- und Gehaltsbudget rüberschieben würden. Sondern wir packen das wirklich lieber da rein. Das heißt, so ein bisschen der Plan für heute ist folgender. Im Idealfall, in 18 Tagen öffnet das Transferfenster. Im Idealfall verkaufen wir schon den einen oder anderen oder führen zumindest jetzt irgendwie mal Verhandlungen. Ich weiß gar nicht, ob ich die nochmal anbieten kann oder ob das noch ausgegraut ist. Ne, ist noch ausgegraut. Und das zum einen. Und zum anderen möchte ich mit euch dann dementsprechend da so ein bisschen durchgehen in die Spielersuche. Und eventuell mal schauen, was dann jetzt durch das neue Scouting-Paket mit dazukommt. Der große Fokus, um das vielleicht auch nochmal vorneweg mit reinzunehmen, natürlich weiter in die Rechtsverteidiger-Position. Der Torhüter, je nachdem, was wir mit Lino Kasten vorhaben. Mal kurz gucken. Guter Spieler für die zweite Liga. Wird er hier gebrandet. Könnte man schauen. Ist ja auch nur Ersatzteuter. Oder ich glaube, ich habe ihm das auch in seinem, ich sage ich mal, langfristigen Plan mitgegeben, oder? Erwartungen in den nächsten fünf Spielen. Ersatzteuter, zukünftige Einsatzzeiten. 27, 28 ist er Stammteuter oder will er Stammteuter sein. Also, das finde ich wäre dann an sich ganz gut, wenn wir da nochmal einen finden. Und natürlich weiterhin ganz klar Stürmerposition. Die Stürmerposition, Freunde der Sonne. Aber da werden wir schon fündig werden. Das, das muss klappen. Hier nochmal kurz die Übersicht an Spielern, die schon kommen. Das ist dieser 30-jährige alte tschechische Stürmer. Elias Satt, auf den freue ich mich sehr. Armin Reis freue ich mich sehr. Conor Metcalf als Backup. Und Sadek Fofana, die kommen dann alle am 1.7.2025 und stoßen dazu. Das ist herrlich. Das ist toll. Das ist sehr gut. So, äh, guck mal. Und kaum gehe ich rein in die Aufnahme. Ich habe erst überlegt, ob ich noch 2, 3 Tage ohne Aufnahme voranschreite. Schon kommen die Angebote rein. Das ist doch schön. Also, der FC St. Pauli und der SC Paderborn wollen Janis Horn. Das hat sich sogar gereimt. Wir gehen mal rein. Paderborn würde die sogar einfach direkt uns bieten, ne? Also, das wäre ein Wahnsinn. Ich versuche, glaube ich, trotzdem mal hochzugehen auf die 2,3. 1,7 bekommen wir geboten, was immer noch stark wäre. Übrigens, wie sieht denn eigentlich unser reinvestierbarer Ding aus? 20% nur. Okay, ich frage mal den Vorstand an, ob es da irgendwie die Möglichkeit gibt. 20% ist natürlich sehr bitter. Und Pauli bietet auch nochmal insgesamt 1,6. Das heißt, dann gucken wir mal, dass wir da vielleicht auf eine Million kommen. Und machen wir vielleicht mal 1,1 und 1,1. Dann sind wir insgesamt bei 2,2. Okay, die bieten zumindest 2,1 insgesamt, aber über eine Ratenzahlung von 6x6 monatlichen Raten. Ich bin weiterhin am überlegen, ob ich das machen wollen würde. Ich glaube, ich lehne das... Boah, lehnen wir das ab? Ich würde am liebsten eigentlich schon, aber der will zu Pauli unbedingt, ne? 2,1. Wisst ihr was? Ich nehme das an. Ich nehme das an und lehne das hier von Paderborn ab. Ich glaube, viel mehr wird es wahrscheinlich nicht werden. Dann Kanji Okunuki von Kajiba. Die bieten insgesamt 325.000. Das ist natürlich deutlich zu wenig. Hansa Rostock will Joseph Angbo. Joseph Angbo zu Hansa Rostock. Bieten 1,5. Wert liegt bei 1,7. Ich habe ihn allerdings für nichts angeboten. 2 Millionen? Die legen einfach mal 2 Millionen hin? Die legen einfach mal so 2 Millionen hin. Hansa Rostock. Ich dachte jetzt, durch die 2 Millionen gehen die vielleicht dann irgendwie so auf 1,6 erst mal. Dann gehe ich auf 1,8. Dann gehen die auf 1,7. Dann treffen wir uns. Aber das ist überragend. Also das nehme ich definitiv an. Joseph Angbo, das passt. Hangbo's Vertrag wäre, glaube ich, auch 26 ausgelaufen. Richtig. Und Julian Kanja. Dresden bietet 1,1. Auch da gehen wir mal hoch auf 2 Millionen. Nehmen die auch an? Sag mal, habe ich jetzt irgendwas? Bin ich jetzt irgendwie, äh, äh, oder so? Julian Kanja. Spieler der Extraklasse für die zweite Liga. Dynamo Dresden. Emmen noch dran und Venlo. Ich glaube nicht, dass die da auch viel mehr bieten. Nehme ich auch gerne mal an, Freunde. Also, ja gut. Okay, nee, da sage ich lieber nichts mehr. Ich glaube, das wird nichts. Crazy. Naja, dann werden schon die ersten Deals getätigt. Das ist, das ist doch schön. Das ist doch sehr schön. So, da kommen nochmal ein paar Talente mit rum. Tatsächlich auch nochmal ein offensiver Spieler. Und Roda, der gerade holt sich Enrique Peña Sauna. Warum auch immer, der gerade schon wieder bei uns auftaucht. Scheinbar hatten wir den auch mal irgendwie im Scouting. Okay, ähm, das reicht. Wir gehen jetzt als allererstes mal kurz rein in die Scouting-Aufträge. Das sollte erstmal unser Fokus sein. Die Spieler, die hier mittlerweile bei rumgekommen sind. Ich glaube, da kann ich den ein oder anderen Scouting-Auftrag löschen. Den DM, ich meine, da sind wir ja mittlerweile auch fündig geworden. Mit Madcalf. Zumindest mal als Backup. Ich würde auch den erstmal rausnehmen. Wie gesagt, die Spieler haben wir ja soweit jetzt schon mal gefunden. Ich würde tatsächlich eher lieber nochmal neue, neue Spieler-Aufträge angehen. Mit denen wir dann auch so ein bisschen, wie gesagt, die, das weltweite, das neue Scouting-Paket abdecken. Stürmer, Stamm, auch das nehmen wir raus. Das werden wir nochmal anpassen. So, dann nochmal kurz der Blick rein. Zweite Liga. Das war jetzt nochmal einfach Zweitliga. Guter Spieler, die ist das Ananas. Ähm, ist da nochmal was mit dazugekommen? Was wir in irgendeiner Art und Weise interessant fänden. Ich glaube, nicht wirklich. Das müsste eigentlich alles noch beim Alten sein. Dann löschen wir das auch mal raus. Ich lösche da, glaube ich, so ziemlich alle mal raus. Hier sind nochmal fünf in Arbeit. Größtenteils hier zwei. Uh, was ist mit ihm denn? Rasim Bulic. Also klar, da haben wir noch nicht alle Infos, aber... Sieht jetzt auf den allerersten Blick gar nicht so schlecht aus. Wobei ihm das Potenzial komplett untersagt wird. Ich würde ihn trotzdem ganz gerne mal scouten. Irgendwie, irgendwie... Also, ein bisschen interessant. Dafür, dass der bei Regensburg spielt, in der dritten Liga. Spannend. Werden wir uns mal anschauen. Aber wird jetzt wahrscheinlich keiner sein, den wir holen. Äh, Elias Hut. Kennt man. Ich glaube, den haben wir sogar auch mal trainiert. Luis Podolski. Ähm, wo wir festgestellt haben, der Sohn von Lukas Podolski heißt auch Luis. Allerdings mit OU. Und das ist ein ganz anderer, ne? Lennart Galeb als Zielspieler. Hannover 2. Und Alexander Babic, Flügelverteidiger links. Moment, sehen die nicht gleich aus? Ne, hab ich verwechselt. Okay. Ne, können wir auch mal rausnehmen. Dann die auslaufenden Verträge, die nehme ich auch nochmal raus. Und aus der ersten Liga, die kennen wir ja auch mittlerweile alle. Beziehungsweise dadurch, dass mittlerweile unser Fokus jetzt so speziell ist, also wir genau wissen, was wir wollen, ist dieses einfach mal blöd reinscouten und gucken, was passiert. Eher gerade nicht so Thema. So, ach du gute Güte. Wie viele... Ach du heilige. Schaut euch mal an, wie viel gescoutet wird hier. Äh, äh... 498? Ach du gute Güte. Also warte mal, dann nehmen wir mal zumindest mal... Oh Gott! Okay, da müssen wir definitiv ein bisschen durch. Also die, die hier alle, ich sag mal, bis eine... bis eine 2- inklusive haben, da werden wir schon mal direkt die Aufträge abbrechen. Und dann... Oh, kann ich das? Ich kann das eigentlich sortieren, ne? Ich meine, ich will jetzt nicht einfach alle rauslöschen, weil eventuell ist nochmal was dabei. Also, Torhüter, das passt. Das sind jetzt im Grunde genommen... Wobei, das kann ich jetzt wieder nicht so machen, wie ich will, ne? Schwierig. Sortieren wir nochmal vielleicht kurz nach Alter, aber ich glaube, ich muss da viel mehr rauslöschen. Ich muss da viel mehr rauslöschen. Ich mach mal bis... Bis alle inklusive 31. Können wir auch nochmal rausnehmen. Ich kann hier leider nicht so richtig schön filtern. Das wäre jetzt noch eine schöne Ansicht, wenn ich hier irgendwie ein bisschen filtern könnte. Aber... Das scheint nicht zu klappen. Machen wir mal so, Kader-Info. Da seh ich vielleicht ein bisschen schöner. So, das sind die ganzen Torhüter. Das sind die ganzen Rechtsverteidiger. Das sind die IVs. Wie gesagt, da brauchen wir nix. Die Linksverteidiger, da brauchen wir nix. Dann nehmen wir die schon mal raus. Flügelverteidiger. Wo geht das hier los? Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wisst ihr, was wir da machen können? Wir können im Grunde genommen ab hier... Flügelverteidiger links. Das sind die ganzen Sechser. Die können wir im Grunde genommen hier alle rausnehmen. Bis inklusive Stürmer. Und dadurch, dass wir wirklich so einen klassischen Stürmer suchen, können wir das, glaube ich, auch wirklich bis hier alles rausnehmen. Wir müssen ja ein bisschen, Freunde. Es hilft ja nix. Die sind ja völlig überfordert sonst, unsere Scouts. Okay, damit haben wir noch 145. Das ist eher in Ordnung. Und hier ein Finn Jeltsch. Den müssen wir jetzt auch nicht unbedingt scouten, weil den kenne ich. Und ich würde fast auch noch mal behaupten, die ganz Jungen... Die können wir auch noch mal vorerst rausnehmen. Also, ich sage mal, alle bis inklusive 17. Das ist ja nicht das, was wir gerade suchen, so richtig Talente. Okay. Also, so krasse Talente. Also, so junge Talente. Mein Gott, Walter. Okay. Das war ordentlich. Kein Wunder, dass die da ein bisschen Stress sind, unsere Scouts. Sehr schön. Dann haben wir das ein bisschen sortiert. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein in die, wie angesprochenen, Scouting-Fokusse. Ich hätte schon ganz gerne einen mitspielenden Torwart, werde aber erstmal über Beliebe gehen. Wir wollen den Torhüter auf jeden Fall fix holen, holen, wobei ich Transfer und Laie sagen kann. Eventuell Laie mit Kaufoption. Das ist auch möglich. Ich würde fast sagen, maximal 29 und 20 und ab 18, wobei da eh durch die Stärke, die dann rausgefiltert werden sollten. Und fangen, glaube ich, fast mal mit der Geschichte an. Was ich noch mit reinnehmen möchte, ist die Größe. Ihr wisst, wie ich da ticke. Wir machen mal mindestens 1,85. Ich hätte natürlich gerne lieber 1,90 aufwärts. Und ich glaube, wir können mal schauen, was das Gehalt angeht. Ich mache einfach mal maximal 2 Millionen, damit wir das auch nochmal so ein bisschen eingegrenzt bekommen. Die Prio auf Standard. Der Bereich ist mir gerade egal. Und dann klicken wir da mal. Und dann kommen auch 9 Leute. Das ist doch schon mal sehr schön. Unter anderem mit Florian Müller, ne? Also Florian Müller, den haben wir, glaube ich, vorhin schon mal gesehen. Das ist natürlich rein von seinen Fähigkeiten, von seinen Attributen, die er mitbringt, schon brutal interessant. Für 300.000 Grad mal drauf wäre die Möglichkeit, ihm nochmal so ein bisschen Chancen zu geben. Aber ich habe irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Ich sage es euch, wie es ist. Dann hast du hier nochmal einen Selmani. 16 Reflexe, 16 1 gegen 1 bei Osnabrück am Start. Was hat er hier nochmal als Fähigkeiten? Sehr konstant. Extrem interessiert. Gehalt wäre auch absolut gering. Durchschnittlicher Spieler für die Bundesliga. Hm. Er könnte diesen Mitspiel in ein paar durchaus gehen. Ballernahme, passende Übersicht. Überall eine 10 oder eine 9. herauslaufende Tendenz nicht so gut, aber das ist in Ordnung. Exzentrizität nicht so gut, aber das ist auch in Ordnung. Albanischer Nationaltorhüter. Was haben wir hier noch? Vor allem den Wunsch gelistet. Boah. Also. Schauen wir mal. Will eine Ausstiegsklausel. Die möchte ich ihm aber rausnehmen. Das Gehalt ist entspannt. Wird erwarten, in den wichtigen Spielen des Vereins in der Startelf zu stehen. Ausstiegsklauseln raus. Das kriegen wir hin. Dann wären es die 500.000. Ich meine, wir können mal versuchen. Aber ich denke mal, die wollen die. Die wollen die. Bin ich mir ein bisschen unsicher. Also ist sicherlich nicht schlecht. Aber ich weiß noch nicht, ob es eher ist, den ich haben möchte. Das ist wieder der Moment, wo ich euch ganz gerne jetzt dabei hätte. Matteo Raab. 1,6 Millionen. Okay. Na gut. Lassen wir die mal arbeiten. Hätten wir zumindest mal einen. Jonas Urwig wird natürlich viel zu teuer werden. Für den Damen ist er auch zu teuer. Und wie gesagt, Florian Müller bin ich mir ein bisschen unsicher. Dann machen wir mal weiter. Rechtsverteidiger, Freunde der Sonne. Auch da mache ich mal wieder eine beliebige Rolle und will mir die prinzipiell erstmal anschauen. Das gehen wir wieder so an. Bis maximal 29. Mindestens 18. Standard ist okay. Und ich glaube, mehr will ich da gar nicht haben. Da dürfen wir gerne mal gucken. Das wäre an sich natürlich auch wieder die Möglichkeit, jemanden zu leihen auf der Posi. Wir können uns einen Chamra holen. Morgala. Also Morgala wäre halt wie angesprochen. Der ist ja eher ein IV. Geht bei jeder Gelegenheit mit nach vorne. Extra Klasse in der zweiten Liga. Interesse an der Laie sehr interessiert. Kann weit einwerfen. Schauen wir noch mal kurz. Flügelverteidiger unterstützen. Ich meine, es ist schon schnell. Geht bei jeder Gelegenheit nach vorne. Wirft den Ball lang und flach ein. Könntest du da theoretisch schon über die Außen spielen und gucken, dass du da trotzdem eine gewisse Füße es halt einfach mitbringst. Wir gehen mal rein. Salzburg würde fordern 100% Gehaltsübernahme. Was absolut in Ordnung wäre. Das einzige Problem ist, die sehen den als Verteidiger, also als IV. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Und wenn wir das nicht machen, fordern sie ja nochmal ordentlich. 275.000. Das ist natürlich way too much. Verteidiger, Rechtsflügelverteidiger. Die wollen den als zentral. Aber ist er ja auch eher. Also kann man ja nachvollziehen. Was ist, wenn ich so mache? Dann gehen sie raus. Okay. Dann haben wir nochmal Tanganga. Kann ich hier theoretisch nochmal einstellen. Beliebige Rolle. Mindestanforderung. Oder ich gehe halt doch mal mit dem Flügelverteidiger und mache mal sehr gut. Wobei dann Morgala auch erscheint. Ich wollte gerade zeigen nämlich, ob man die dann dadurch ein bisschen rausfiltern kann. Gonzalo Estevez von Sporting geliehen. Cefui kennen wir. Manoles Saliakas. Und sein Vertrag, der scheinbar nochmal verlängert. An dem waren wir ja auch schon dran. 3,4 Millionen Ausstiegsklausel. Das werden wir mit Sicherheit nicht für den 28-Jährigen zahlen. Das ist klar. Angebot nochmal zurückziehen. Chimo Becker von Kiel. Der wie gesagt auch nochmal eine gewisse Wuchtigkeit mitbringt. Extraklasse in der zweiten Liga. Gehaltstechnisch wäre Wahnsinn. Sehr konstant. Hat eine Ausstiegsklausel in Höhe von 2,6 Millionen. Das ist auch viel zu viel. Das sind so Deals, die wir noch nicht da angehen können. Zumindest für solche Spieler, die sich wahrscheinlich nicht mehr groß entwickeln werden. Naja, okay. Haben wir das. Und dann nochmal der Blick rein in Richtung Stürmer. Auch da machen wir mal 18 bis 29 grob. Transfer. Zweieinhalb und drei. Stoßstürmer. Sehr gut. Auch mal ganz grob. Auch mal ganz grob. Wer ist er denn? Theo Berday. Von Sion. Areso. Viel zu teuer. Granada. Interessiert an Transfer. Das können wir nochmal mit reinnehmen am besten. Da ist wieder der Aslani. Aber da habt ihr auch in die Kommentare geschrieben. Das ist einfach zu teuer. Das ist dann am Ende des Tages einfach zu teuer. Asuka Wilhelmson. Okay. Auch da machen wir den Haken mal rein. Interessiert. Bringt ja nichts, wenn da einer nicht interessiert ist. Okay. Dann lasst ihr die mal so weit ein bisschen laufen, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz möchte ich einmal mit euch kurz hier auch noch reingehen. Und auf der Stürmerposition schauen. Es sind ja nur 15.000 jetzt gerade, die interessiert sind. Wir werfen einen Blick rein. Beziehungsweise gehen nochmal kurz in die Attribute. Stoßstürmer. Machen wir mal überall 12. Mal gucken, ob es da welche gibt, die wirklich alles mitbringen. 15 von 15 Attributen. Ja, da gibt es knapp, was haben wir, 198 Spieler, die das potenziell eventuell mitbringen und die potenziell auch interessiert wären. Das Gehalt können wir einmal noch kurz einschränken, weil dadurch wissen wir auch, wenn da einer 7 Millionen verdient, den brauchen wir eher nicht nehmen. Das heißt, das ist unser Vertrag, allgemein Gehalt. Ja, machen wir wieder die klassischen 2 Millionen knapp. Dann haben wir da nochmal ein paar rausgefiltert. So, von Keremonese, David Okereke, Rizhealy, Pate Kutrone. Die sind allerdings auch noch alle in einem sehr hohen Marktwertbereich. Hier haben wir einen von Juve, Caio Jorge. Der hat zwar relativ viel verdient, dessen Marktwert aber irgendwie... Boah, ist zu viel das Gehalt. Weil das Marktwert irgendwie nicht so hoch ist. Wenn der jetzt gleich wieder auftaucht, dann werde ich den trotzdem mal... ...nochmal scouten für zwei Wochen. Yusufa Nier. 31, das ist mir zu alt. Pierini. Bundgart. Von Luton. Poso. Ricardo Gomez, zu alt. Zu teuer, zu teuer. Jordan. Boah. Das wäre natürlich schon ein Spitzendeal, ne? Ich meine, Union, 13. geworden. Schauen wir mal, was der Berater sagt. Das wäre schon Wahnsinn. Weil 16er Sprunghöhe, 1,91, 15er Kopfballtechniken, passablen linken, einen sehr starken rechten, 12er Abschluss, mentale Attribute scheinen auch interessant zu sein. Das wäre, das wäre ein guter Mann, muss man sagen. Das Problem wird nur sein... Ähm... Was wollen die für ihn? Wir bieten mal, wir bieten mal Läpsche 375.000. Da ist mehr rauszuholen, ich weiß. Ähm... Machen wir einfach mal 800.000 und gucken, wie die reagieren. Einfach mal so ein bisschen als, als kleiner Blick da rein. Jordan. Okay, okay, Anger. Ich meine, das ist jetzt natürlich erstmal nur so ein grober Blick. Philipp Tietz haben wir hier noch mit am Start übrigens. Ähm, das ist jetzt einfach mal so ein grober Blick, ob uns direkt was einfällt oder ins Gesicht... Äh, dingst. Ihr wisst schon. Fällt. Ins Gesicht fällt? Ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber okay. Passt. Äh, was ich tatsächlich auch nochmal einmal machen möchte, ist kurz die Vereinslosen anzuschauen. Da scheint es auch nochmal sehr viele zu geben, dadurch, dass wir jetzt nochmal das neue Scouting-Budget haben. Hier haben wir zum Beispiel, was ist der älteste? 50! Der Daryl! Daryl Etienne, komm ran da! Und der Jamil Chorchak! Die haben nur leider alle kein Bild. Die ganzen Euden. Der da! Jarul Rizal Abdul Rahman! Sehr gut! Ja, unfassbar! Schau mal, wie viele Ü40 Leute hier am Start sind. Crazy! Äh, irgendwo war übrigens auch... Ich wusste gar nicht mehr, dass der noch spielt. Rocke Santa Cruz, Freunde. Auch natürlich eine Legende. Schau mal. 43... Der ist sogar vereinslos. Karriereende am 10.12.25. Schnelligkeit 2 bis 8. So, äh, nee, das ist natürlich noch ein Schmarrn. Wir gehen mal rein, machen wir mal Alter bis, äh, 32. Ähm, ich bin gar nicht mehr überlegen, inwieweit ich das einschränke. Ich glaube, ich nehme einfach mal die Position, die wir brauchen. Dann haben wir immer noch 1000. Ähm, na gut, das ist natürlich jetzt schwierig. Attribute, äh, für drei Positionen. Das müssen wir, glaube ich, nach und nach machen, ne? Dann fangen wir mal mit der Torhüter-Position an. Drolle, trotzdem schon ganz gerne ein mitspielender Torwart. Da möchte ich schon in die Richtung was aufbauen. 73 noch übrig. Dann gehen wir mal rein. Torhüter, mitspielender Torwart. Unterstützen. Machen wir mal über eine 10. Dann hast du hier, Runa, Alex, Runason. Was wir halt nicht vergessen dürfen. Ah ja, und die Größe noch. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen. Ähm, wenn wir den Keeper jetzt so für zwei, drei Jahre hätten, der damit im Hintergrund einen Lino Kasten anlernt, der dann wiederum in zwei, drei Jahren Stammtorhüter wird. Das wäre natürlich wirklich überragend, ne? Also, das hinzukriegen, wäre natürlich ein Traum. Deswegen ist so ein 31-Jähriger jetzt da prinzipiell nicht wirklich schlecht. Oder ein Problem. Muss man, muss man da sagen. Ähm, ich werde mal, wir gehen mal auf 12 und ich mach mal 13 von 19 oder so. Und nimm einfach mal von mir aus diese, na? Die drei rein und lass die mal so ein bisschen scouten für zwei Wochen. Gucken wir einfach mal, was da passiert. Okay. Dann, äh, lösche ich nochmal alles. Wenn ich darf. Ich darf. Wir gehen rein in den Stürmer und machen auch mal Vereins los. Oh, es gibt noch so viel zu tun, ne? Es gibt noch so viel Möglichkeiten. Dieses krasse Scouting-Paket, dieses weltweite, was du da an Möglichkeiten auf einmal hast, das ist wirklich Wahnsinn. Stoßstürmer angreifen. Machen wir auch wieder 12. Und erstmal 15 von 15. Da bleibt einer übrig. Das ist er. Caleb Ekuban. Ähm, nee. Wir machen... Machen wir 10 von 15. Dann haben wir 29 Spieler, die prinzipiell irgendwie interessant sein könnten. Äh, scouten wir auch einmal durch. Raijan Philipp. Das ist doch der von Braunschweig, oder? Naja. Naja. Werden wir, werden wir wie gesagt mal schauen. Okay. Und dann, äh, machen wir nochmal genau das gleiche. Rechtsverteidiger-Position. Beide rein. 32. Vereinslos. Ich meine, wir können rein theoretisch auch nochmal den Scouting-Auftrag abgeben für vereinslose Spieler. Ja. Fällt mir gerade so ein. Mh, von 19. Machen wir 13 von 19 ungefähr. Ja, haben wir auch nochmal die hier am Start. Viele Brasilianer, die immer mit dazukommen, ne? Paolo Enrique, Douglas Borrell. Wo waren denn die zum Beispiel vorher? Okay, brasilianischen Raum vor allem. Paolo Enrique auch, so ein bisschen zum Teil. Okay. Mh, dann machen wir mal Scouting-Fokus, wie angesprochen. Nehme ich sogar mal einfach alle. Wobei, nee, das machen wir jetzt noch nicht. Das Einzige, was wir nochmal machen, ist, alle auf der Position, die wir spielen, laufend, ähm, bis 32, bis 30. Und zwar, ähm, Vertragsstatus ist auslaufend ein Monat. Das fände ich nochmal spannend, beziehungsweise, kann ich da, da kann ich auch mehr anwählen, ne? Ja, dann machen wir das mal so. Transfer. Warte mal, habe ich jetzt ein falsches angeklickt? Ne, das will ich anklicken. Äh, ist auslaufend ein Monat, ja. Und dann machen wir was. Achso, ich glaube, wenn ich das wegnimmt, dann muss ich den immer komplett neu einstellen, ne? Laufend bis, wie gesagt, 30 ungefähr. Vertragsstatus auslaufend ein Monat. Das war jetzt nicht nur toll, oder, ne? Ne, dann nennen wir das Ausl, Auslferter, Auslferter. Wichtig, da Vertrag nochmal abzukürzen, um zwei Buchstaben zu sparen. Ähm, Selmani wäre jetzt prinzipiell sehr interessiert. Wir gehen mal rein in Verhandlungen. Stammtorhüter, beziehungsweise als allererstes vergleichen wir mal ihn mit Lino Kasten. Ob das so den großen Unterschied machen würde? Nö, Kasten ist da schon besser. Gut, dann können wir da direkt mal raus aus den Verhandlungen. Wenn Lino Kasten besser ist, dann ist das ein Schmarrn. Und ich will da keinen, äh, also natürlich Konkurrenzkampf und so immer gar nicht so schlecht. Can Usun trifft schon wieder. Can Usun hat jetzt in beiden Länderspielen getroffen. Schaut mal. Wo sehe ich das nochmal? Statistiken? Ja. Äh, Tor 1. Hä, der hat aber da schon getroffen. Warte mal, wir machen es anders. Deutschland U21, Terminplan U21. Hier. Also, achso, das waren Testspiele. Gegen Wales. Can Iemazusun und Asanwe Traogo mit den Toren. Und hier Can Usun wieder mit dem Tor. Herrlich. Popovic, schaut mal. Partizan, Belgrad. Interesse von Tottenham, Lazio, Napoli, Porto, Leipzig. Das wäre natürlich auch Wahnsinn. Oh. Wo kam der her von Verl? 19-jähriger Deutscher. Sehr groß gewachsen. Aber der wird halt viel zu teuer sein. Das wäre ja mal geil, den in die Bundesliga zu holen. Also, das wäre ja zumindest für ihn ein wahnsinnig geiler nächster Schritt sozusagen. Also, Bundesliga-Op-Club sei jetzt mal dahingestellt. 1,5 Millionen. Das finde ich ja mal spannend. Der sagt den Transfer ab. Sehr schön. Dann bleibt er also bei uns. Und ich trinke mal einen Kaffee, Freunde. Der ist sonst schon gleich kalt. Das muss ja auch nicht sein. Kalter Kaffee. So, da ist noch nichts in Arbeit. Das passt. Angebot der Fusumenza. Den habe ich mir aufs Team auch mal angeschaut. Aber fand ich nicht so spannend. So. Hat das Angebot abgelehnt. Machen wir mal 2 Millionen. Das legen die immer noch ab, ne? 2,5 nochmal raus. Wir nähern uns mal so ein bisschen an. Aber wie angesprochen. Wer da alles dran ist an ihm. Das wird nichts werden. Tottenham und Villarreal in der Champions League mit dabei. über den Koeffizientner. Prozentsatz auf 35 hoch. Immerhin. Immerhin. Das ist schon mal ganz gut. Und dann gehen wir noch mal ein bisschen voran. Jetzt wollte ich noch mal ganz kurz schauen. Die Mannschaft kam noch mal wann zurück. Soll das ein bisschen im Kopf haben. Hier. Am 7. Juli. Okay. Knapp drei Wochen. Das klingt auch gut. Joseph Hangbo bestätigt seinen Wechsel zu Hansa Rostock. Rostock. Da bekommen wir noch mal 675.000 obendrauf. Ist glaube ich ganz in Ordnung. Ist am Ende vor Free gekommen. Hat insgesamt nicht wirklich viele Matches für uns gemacht. Und dann hauen wir den weiter zu Hansa Rostock. Mir fällt gerade ein. Ich meine damit war ich jetzt eh ein bisschen überrascht, dass die die 2 Millionen sofort annehmen. Ansonsten hätte man da noch mal eine Weiterverkaufsklausel in irgendeiner Art und Weise mit einbauen können. Aber gut. Ja wie gesagt. Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube. Dass das in. Dass da nichts. Dass das nicht. Und so. Machen wir es so. Aber selbst das. Und das ist ja. Das ist ja. Also wir wären jetzt bei 4 Millionen oder so. Ich meine Popovic. Ich glaube. Den könnte. Das ist schon Wahnsinn. Den würdest du schon für sehr viel mehr weiterverkaufen können. Aber. Das wird nicht funktionieren. Mit den Angeboten. Die da. Die da mit am Start sind. Wird das glaube ich nicht funktionieren. Abgesehen davon. Dass wir die Kohle glaube ich gerade aktuell nicht mehr davon haben. Aber das wäre ein richtig geiler Stürmer. Also den. Auf den hätte ich unfassbar viel Bock. Bin ich ehrlich. So. Da wird nochmal gescoutet. Nelson Weiper. Natürlich auch weiterhin interessant. Bezüglich einer Laie. Die Frage ist da nur. Ob überhaupt. Ja. Mainz interessiert es weiterhin erstmal nicht. Damit fällt das auch flach. Stenzel. Riedel. Bla bla bla. Die müssen wir erstmal nicht angucken. Finn Jelch. Auch nochmal für die U21 gespielt. Mit Usum zusammen. 2-2 Deutschland. England. Und dann gehen wir nochmal ein paar Tage voran. Dann gehen wir nochmal voran. So. Auch das. Ah ja. Jetzt kommen sie uns mal entgegen. 8,25 Millionen wollen sie. 8,52 Millionen. Wir bieten mal 1,4,5 und 1,5 bei Klassenerhalt. Sie gehen auf 7 runter. Wir bieten 5. Ähm. Boah. Beteiligung bei Weiterverkauf hätte ich halt un... Also nicht 5. Jetzt habe ich 5 Euro geboten. 5 Millionen. Und 1,5. Ich meine... Ich glaube ich verliebe mich gerade zu sehr in ihn. Aber ich glaube er ist schon auch geil. Ja. Gut. Das habe ich jetzt gerade nicht rausgenommen. Dann ist das Thema raus. Dann ist das erstmal raus. Wir lassen... Wir werden ihn mal weiterhin scouten. Ich meine wir können höchstens nochmal schauen. Leihangebot. Was verdient denn der gerade? Der verdient einfach 20.000! Wir können es höchstens natürlich darüber mal versuchen. Also Leihangebot. Er wird der Schlüsselspieler sein. Im Sturm als Stoßstürmer. Beziehungsweise das nehme ich mal raus. Und dann noch eine Kaufoption. Eine ordentliche reinhauen. Kaufoption in Höhe von... 7,5. Schauen wir mal was er da zu sagen. Gucken wir mal ob sie da irgendwas zu sagen. Wurde auch abgelehnt. 8,25 Millionen. Das ist halt too much. Aber er wäre schon Wahnsinn ey. Das ist way too much. Das können wir... Da müssen wir leider raus nochmal. Also wie gesagt das mit der Leih. Das kann man nochmal schauen. Aber die Kohle die haben wir einfach nicht. Das können wir nicht bieten. Es geht einfach nicht. Es ist einfach nicht möglich. So was ich jetzt gleich nochmal machen wollen würde. Wir sind irgendwie so... Irgendwie sind wir ein bisschen vorangekommen. Irgendwie auch nicht. Es ist nicht allzu viel passiert. Aber ich habe in den Kommentaren gelesen. Oh. Der hat... Auf der anderen Seite ist das Image des HSV vor den letzten zwölf Monaten in Deutschland rapide abgestürzt. Ganzbarzeit hat den größten Sprung gemacht. Und bei uns bleibt alles unverändert. Ne. Aber ihr habt auch reingeschrieben. So Scouting-Folgen sind auch mal cool. Deswegen. Das gehört ja auch logischerweise dazu. Das ist ja klar. So. Ich biete jetzt nochmal die alle an. Mal schauen. Es kann sein, dass Hangbo nicht möglich ist. Deswegen machen wir mal nur so. Jawohl. Dann gucken wir nochmal ob da irgendwelche Angebote reinflattern. Horn bestätigt auch den Wechsel zu St. Pauli. 2,2 Millionen. Auch den Deal werden wir akzeptieren. Dann kommt auch nochmal ein bisschen Kohle rein. Neuzugänge der Saison. Limnius und Co. Auch das kennen wir alles. Das ist nicht weiter besonders. Wir steigen oder steigen mittlerweile an auf 1,34 Millionen. Unser Budget. Und eine knappe Million Gehaltsbudget, das wir noch haben. So. Und ich glaube, dadurch, dass wir jetzt über diesen Punkt drüber gehen, dürften wir jetzt doch den Spielplan und so sehen, oder? War da nicht sowas in der Richtung? Wir gucken es uns gleich mal an. So. Vincent Strasser, Vertrag angeboten. Feral Cagney. Mit, äh, könnte sich um Welten steigern. Wer ist er denn? 18. Junger Stürmer. Also, da denke ich jetzt gerade natürlich eher ein bisschen in Richtung, in Richtung zweite Mannschaft logischerweise. Ach Gott. Ja, Zuldigung. Wow, jetzt habe ich ihm als Starspieler, habe ich ihn jetzt angeboten. Mein Gott. Ähm. Ich glaube, zweite Runde können wir da definitiv mal mitgeben. Abstiegsrelegation und zweite Runde. Achtelfinale ist mir ein bisschen zu heiß, aber zweite Runde sollten wir schon machen. Vertrag mit Neumarkt ausgelöst, mit Weiden aufgelöst und potenzielle Partnervereine. Herr Gretlein. Ja, da kommen sie doch mal ran. Da werden wir gerne mal quatschen. Äh, was haben wir aktuell noch für Partnervereine? Eintracht Bamberg in der Regionalliga. Erlangenbruck Rapid Regionalliga, Bayern Liga. Äh, Nördlingen. Groß Bardorf. Okay. Ähm. Jetzt ist die Frage, was er da haben will. Was denken Sie, wenn wir nach einem passenden Partnerverein suchen? Gibt es einen bestimmten Typ, von dem Sie glauben, davon profitieren zu können? Ich würde das lieber, glaube ich, tatsächlich woanders reinstecken. Ähm. Ähm. Erhöhung, Erhöhung, reinvestierbaren Transfereinnahmen. Fände ich geil. Okay, das machen Sie ja, Freunde. Das ist praktisch unser Wunsch, den wir kriegen. 50 Prozent mittlerweile. Natürlich jetzt schade, dass das erst jetzt klappt, nachdem Hangbo und, ähm, und, äh, hier Dingens weg sind. Hang... Nagelsmann als Trainer der Bayern bekannt gegeben. Oder was? Wurde ihm angeboten, okay. Ähm. Hangbo und, und Jamra. Äh, und, 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 Janis Horn. Ich glaube, der Spielplan ist da, Freunde. Leverkusen zum Start. Dann Hannover, Freiburg, Stuttgart. Gegen Dortmund am Samstag, den 4.10. Wir spielen zu Hause gegen die Bayern kurz vor Weihnachten. Wuhu. Kurz vor Weihnachten geht's gegen die Bayern. Letztes Spiel dann, ein Auswärtsspiel in Union, unser letztes... Wir haben zwei Auswärtsspiele zum Ende. In München und an der alten Försterei. Zuhause Frankfurt Heidenheim. Okay, okay. Ja, gut. Äh, äh, äh. In 56 Tagen geht's los, in 49 Tagen startet der DFB-Pokal. Auslosung. Oh, die ist, ah ne, die ist in dem Monat. Ich wollte schon sagen, die ist heute. Spannend, Freunde, spannend. Damit sind wir jetzt also offiziell ein Erstligist. Wir sind in der Saison angekommen. Usun wieder mitten im Tor. Junge, der Mann rasiert ja. Das ist Wahnsinn. Schaut euch das mal an. Auf Platz 3 der Torschützenliste mit einigen anderen. Unter anderem Aubenmatja Popovic. Ahaha. Popovic. Popovic, komm zu Papa. Wir gehen nochmal rein. 100. 100. Schlüsselspieler. Stürmer. Und dann machen wir mal eine Kaufoption in Höhe von 8,25 Millionen. Das lehnen sie ab. Die wollen die nicht verleihen. Aber Freunde, wir können das nicht bieten. Das ist jetzt schon viel zu viel, was ich da biete für die Jugendspieler, die nochmal aufgerückt sind. Okay. Da müssen wir uns übrigens auch drum kümmern. Das habe ich mir fest vorgenommen. Dass wir die Mentoring-Geschichte, die Spieler, die aus der Jugend sind, die bei der ersten Mannschaft mit trainieren dürfen und so. Das müssen wir alles angehen. Aber das will ich erst machen, wenn es soweit ist. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. So, jetzt haben wir hier die ganzen Verträge. Das ist sehr schön. Und da ist nochmal Pharrell Kegney. Wie gesagt, ich hätte ihn ganz gerne eigentlich jetzt doch behalten für die zweite. Aber gut. Äh, schwierig. Wir kriegen nochmal 15% mehr. Das ist auch gut. Schauen wir mal, wie sehr das reinschlägt. Ach du Scheiße schlägt das rein. Ach du Scheiße. Wir sind jetzt insgesamt im Minus. Äh. Aber das sind alles Sachen, die noch nicht wir ausgehandelt haben. Aber gut. So, letzter dran an Jordan. Und ich würde sagen, unser letzter Akt für die heutige Folge ist, dass wir nochmal reinschauen. Ob es hier was Neues gibt. Bezüglich Popovic. Er wäre einfach wirklich perfekt. Er wäre der perfekte Mann. Die ganze Story drumherum wäre einfach perfekt. Ah, schaut mal, wer alles dran ist. Äh, wir können mal Interesse bekunden für den Kauf, nur um zu gucken, was passiert. Soll angeblich interessiert sein. Boah, wäre das ein Wahnsinns-Deal. Boah, ne, ich habe meinen Traumspieler gefunden. Äh, ah ja, okay, die haben das erstmal vertagt, das Angebot. Aber ja, das wird so 95% nix. Aber gut, Chat. Ich würde sagen, wir sind ganz erfolgreich gewesen. Wir konnten jetzt schon mal den einen oder anderen noch fair kaufen. Ach so, das wird ja noch gar nicht aufgeführt, glaube ich, ne? So ist es. Ähm, wenn die Deals dann durch sind, dann sind die hier mit drin. Äh, allen voran, ihr habt es gesehen, Janis Horn, Joseph Hangbo und auch Julian Kanja wird wahrscheinlich gehen. Das ist doch soweit. Ganz gut. Also, wir sortieren da so ein bisschen aus. Ähm, und die Neuzugänge haben wir ja auch schon. Also, wir sind auf einem guten Weg, dass die Planungen für die anstehende Bundesliga-Saison, ähm, gut, gut weitergehen. Und dass wir zumindest mal zum Saisonstart, also zum Trainingsauftakt, einen guten Kader schon mal haben und nicht noch irgendwelche Nottransfers tätigen müssen. Aber wie gesagt, Stürmerposition vor allem. Da muss was her. Rechtsverteidiger muss was her. Lino Kasten, das wäre in Ordnung, wenn wir mit dem in die Bundesliga gehen. Da sehe ich jetzt nicht so die Probleme. Aber vor allem der Sturm. Da müssen wir nochmal gucken. In dem Sinn, war es das für heute. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Wenn ihr mehr so wollt, Abo da lassen. Nichts verpassen. Links in der Videobeschreibung checken für den FM. Beziehungsweise für die Twitch-Livestreams. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Donnerstag. Einen schönen Feiertag. Wenn ihr schon das vorgezogene und das verlängerte Wochenende habt, dann da auch ganz viel Spaß. Schönen Brückentag. Und wir sehen uns dann morgen wieder mit der nächsten Folge. Und dann gehen die Planungen schön weiter. Macht's gut. Habt einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Servus.